Das erste. Das erste. Ja. Munition? Munition habe ich das vorletzte. Verlängerte. Griff? Du musst den Verlängerten. Dann Griff den 1, 2, 3, 4, 5. von oben. Grooved Grip. Ich weiß nicht wie es auf deutsch heißt. So ein extra wahrscheinlich vital war und voll geladen war. Warum nicht den Holztiergriff? Den dritten von unten. Den dritten von unten ergriff. Der bringt ein bisschen mehr Kontrolle, aber weniger Präzision. Ja, da hast du mal die Präzision aus der Hüfte raus. Aber das benutzt du fast nie, wenn du auf lange Distanz schießt. Und du hast mehr Recall. Dann mach ich das. Ich hab das soweit fast identisch. Bis auf Visier und Unterlauf. Und Magazin. Magazin hat 45 genommen. Ja, das habe ich jetzt auch dann gelassen. Ein bisschen mehr. Unterlauf habe ich den auch den dritten von unten. Ja, beim Magazin, wenn du eins von den 45ern nimmst. Die haben halt... Die machen halt viel viel mehr Rückstoß. Na. Ja. Wer ist das viel angenehmer zum Spielen. Wenn dich. Das sei immer im Endeffekt, das ist ein Geschmackssache. Ja. Let's go. 4er. Dann spielen wir jetzt Vengard. Vengard Royale, oder? Okay. Das ist besser, die anderen von der alten Waffen Bockennee, oder was? Na ja, das ist halt blöd irgendwie so. Keine Ahnung. Wir können ja nachher auch mal einmal den normalen Modus spielen. Ne. Geh Lust da aus. Aber ich finde es halt doof und geh. Ich werde halt die Vengard, was ich von Oller bin. Ja. Mark? Ja? Hast du schon mal einen russischen Harry Potter gesehen? Ja. Harry Potter. Hast du deinen Operator? Das muss irgendein Glitch sein, weil der ist sonst so nicht bei der Ollen mit Ruff. Ich weiß nicht, warum ich den hab. Deswegen behalte ich den, bevor der wieder weg ist, wisst du? Hauptsache die STG in Gold und der Rest nicht ein Stück gelevelt, wisst du? Hä? 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 Pfff. Pfff. Natürlich nicht, Alter. Keine Chance, Jungs. Du hast das Dark Overkill gefehlt. Der Fein schmeckt über dem Gewinn ab, auf den Himmel ab. Es ist so schwierig, das Stützwerk zu fliegen. Boah, Alter, das Flugzeug hat ja übelst laggy-maggy gemacht. Alter, mein ganzes Game laggt auf einmal, was ist denn hier los? Ja, dann hier auch. Da, wo das Playlist-Update kam vorher, da ging gar nichts mehr. Naja, war mir fast klar, dass er bei uns ein Spielzeug auf der Händen war rum. Wir halten für Einsatz im Kriegsgebiet! Und irgendwo gibt es einen geheimen Bunker, Dicker, aber ich konnte YouTube nicht zu Ende kicken. Bleibt denn im Trailer? Der kann ja nur im Strand sein. Das sah irgendwo relativ mittig aus auf dir. Irgendwo hier auf dem Ping, irgendwo in der Nähe. Ich weiß es aber nicht. Du hast hier auch irgendwo einen Wasserfall, wo du reinlaufen kannst. Nein. Den haben wir auch noch nicht gefunden. Da war ich vorher drin. Nein. Der ist hier. Wenn mich nicht alles täuscht. Wo wollen wir denn aber jetzt hin hier? Wollen wir hier Ferienanlage? Ich hab keine Ahnung. Ja. Los, Ferienanlage. Ich will. Ich will aber ein Prison. Ja, mein Prison vermisse ich auch ein bisschen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja, ich schuze, ich hab immer noch nicht die Fotos an meinen gestellten Arsch. Nee, hab ich noch nicht, ja. Ja, nee. Du, ich muss meinen, äh, Tankstreifen noch ausdehlen. Ich spiele bis um eins mit euch, dann schlafe ich bis um eins. Nee, nicht ganz. Bis um acht. Dann mache ich Schlupi fertig. Bring ihn in die Kita, ein bisschen in die Auswahl. Shieldcracken bei uns? Ja, ich denke schon wieder ganz hart auf mit den Hintern. Töte alle Ziele. Los! Feindlicher Soldat in der Nähe. Was war denn STV? Und da hilft einer, was auch. Hier hilft einer? Ja. Happy? Ja, guter Koma. Ja. Oh, kleine Buddies. Oh, hier bei mir auf dem Dach sind sie. Ey, das gibt's doch nicht. Scheiße. Nein, Martin, was ist nun los? Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Liegst du safe? Ja. Bleib rein. Ich hab mich gerade mit dem ersten Kanister gekillt. Da, wo ich gestorben bin, da hockt einer auf einer ungelooteten Truhe mit einer Shotgun und wartet, bis die Leute reinkommen. Geil! Du hast ja mal ein richtig ausgefuchste Strategie, die Ersche, alter. Schuhleck, irgendwo bei dir da oben? Ja. Du verwirrst Akton! Bewegung! Was ist denn mit der SRT? Was hast du denn die für einen Fehler hier? Hast du einen Grafik-Bug? Ja, Mann! Der hat mal einen Kumpel vor. Ach, Mann, nein! Dann schieße ich den zweiten Schuss daneben. Team Mitglied wurde für erneuten Einsatz bereitgestellt. Oh, hier bei mir! Kommen wir nur zurück? Ja, oben der ist relativ angeschossen, aber ich weiß nicht, da wird sich jetzt wahrscheinlich meine Platten drücken, die er findet. Hab ihn! Sorry, Martin! Mach das ganze Spiel hart, das hört sich an, Alter! Ah, bei mir kommen sie jetzt pushen! Und ich hab keine Moon mehr, Digga! Ich hab nen Sniper und nen anderen Pisting mit Visier. Dann nimm die Hände in die Füße! Ha, oder auch nimm die Füße in die Hände! Sie kommen! Von zwei Seiten! Für die im Sandbit! Einen habe ich! Shit! Schauber! Team Mitglied wurde für erneuten Einsatz freigegeben! Da ist er! Ja! Ja, Digga! Ja, er ist genau bei mir, aber er ist One-Shot! Ich hasse es, wenn man zwei-, dreimal dieses Shield-Crack-Symbol angezeigt kriegt. Wie oft soll ich denn die Panzerung noch kaputt machen? Soldat, du bist dran! Gewinne diesen Kampf und du kommst zurück an die Zwang! Doch wenn du verlierst... Oh, okay! Beweise, dass du es noch drauf hast, Soldat! Da hast du eine Ableibung kassiert! Hat er besser gemacht, Digga! Arschloch! Mag ihn nicht! Du hast übrigens keine Waffe, also wenn du nicht wie Megaman die Fäuste schmeißen kannst? Ja! Hab einer! Hab er gut abgeronnen! Könnt ihr mal den Street anhauen für Bravestar, falls er online geht? Äh, falls er... Bach wird! Dann kann er sehen, wie die uns am ersten Pacific Wind holen! Hehe! Äh, ping mal die Weste, Digga! Ping mal die Weste! Ah, warte! Ping die Weste! Ping die Weste auch! Ping sie alle! Ping die Westen! Aaaaah! So, jetzt bin ich grad durcheinander! Wo ist diese Scheiß-Kaufschatzen? Mit hinter der Oren? Daneben ist noch eine Kiste! Perfekt! Oh, scheiße! Dreierer zu kurz! Ah, warte, 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 jetzt! Cool, kannst du keine Waffe? Doch! Weil ich muss doch ohne Waffe schneller! Ja! Muss ich mal sagen! Mh! Geld! Perfekt! Äh! Ah! Okay! Okay! Ja, ich hab grad gedacht, es laggt! Aber... Von Anfang an lieber! Chi-chi, alter! Chi-chi! Silke! Ach, kom hein, Waffe! Weise calorisch! Das gleiche! hier oben liegen waffen drauf sehr schön eine brennen sollte die martin ist noch ein m1 garand das war so ein ganz blöder spot warte wir gucken erst mal was wir Marten wieder kriegen wo sie sichern hier auch irgendwo in der Nähe echt schon Marten? ja er kommt zurück nach dem Dach ich habe gestern auch eine 10er Bombe geschafft meine erste auf Pacific, Caldera, Penisbrüche ich habe auch eine 10er Bombe wenn ich alle 20 Spiele zusammen nehme wenn du den Arm zusammen nimmst nein, Marten meinte er kriegt 10 Bomben wenn er frech ist oh oh oh, die snappern von da irgendwo ja toll ich würde erstmal ungern aufs Snipe gehen sind auch 2 Loadouts ja, ist glaube ich auch unser ungeliebter ja, obendrauf ne, ist nur eine Palme Entschuldigung du hast gerade eine Palme mit dem Sniper verwechselt? ja, sie sind auf jeden Fall da schon ja hier sind noch einzelne Platten Marten oh, I'm loadout sorry abhin, abhin, abhin ich hab ihn du Arsch eh ich hab den Team hier gekriegt man mit das korrekt spielen eh yo vor uns oh, was passiert knock on wir sind doch relativ weit weg von euch das Problem ist, ich kenne mich hier null aus, Digga ich weiß nicht, wo man hier hochkommt oh, okay, er ist hier unten drin äh, und, na, gerade, äh, ich glaub, das ist aber wahrlos gesnapt sauber ich hör hier ganz viele über uns Rester, alter, wie kommt man denn hier hoch? das Ziel ist ausgehalten okay, Start äh, hier gute Stelle markiert ah, perfekt muss aber nicht sein, dass er über euch ist, kann auch sein, dass er, dass er drin ist, ne? ja, ja, er war drin, er war drin ich hab keine Stun mehr oh, tausende Steps hier warte, pass auf, pass auf Ladung, Papier mach mal ein bisschen Ablenkung ja, 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 ich hab ein bisschen Ablenkung gesorgt irgendwo hier müssen sie sein sind genau da außen, überall ja hier vor mir sind sie, zwei Leute ey, ihr seid alleine oben, ich komm jetzt erst hoch einen hab ich ich hab ihn, du Arsch gut ey, meinte, du hast einen getroffen sehr gut sehr gut sehr gut ja, hier sind immer noch tausende Steps ja, na, ich bin gerade über euch ne, noch über uns noch über uns ja, zwei, ja ich hab ein bisschen einer down right down sorry Jungs, ich würd echt mitmachen, aber ich weiß nicht die haben sich gerest? oh, da ist noch einer genau gute Stelle markiert kann mich jemand holen? oben hab ich ich komm mal habt ihr ihn, habt ihr ihn, einen hab ich hier oben nein, 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 ich geh der war gut achso also, zwei sind down, einer rinnt nach oben rum okay den oben hab ich ne, sorry, zweiter oben ja, wie kommt denn? hier sind zwei drauf oh, und der snipet ja ich mach mal kurz platten drücken ja, ich glaub ich weiß ich geh jetzt hoch, wir löffeln sie mal weiter da oben einer ist noch löffeln sie mal da sind drei drauf, alter, drei jetzt haben sie mich natürlich auch genockt scheiße fuck also, ich krabbel hier in der Seite irgendwo hinfalls hier in der hoch kommt hier in so einen Seiten Treppenhaus Dingsbums aber ich glaube, ne, ihr seid doch Eierlob, wenn man sollte ich jetzt dann mag das da irgendwo bei dir, oder? weil ich komm rüber zu dir da, die kommt zu dir rüber gepusht ganz hart ja ja beide knock nice fixen die beide? ja warte, warte du, ich komm zu dir oh, perfekt alter haha, geil geil so nice alter 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 wie 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 Batman durch äh wie Batman durchs Fenster geflogen alter ja, die haben dich nämlich ganz verzweifelt gesucht da hast du noch einer das ist Fire Cell nur so nebenbei achso, ok oh, scheiße zwei sind hier tot ja, ne, wir haben sie alle hier kommen sie wieder Zielpunkt markiert ja, wir sollten vielleicht auch nochmal einen Shop haben und ein Self holen, Alter, aber und den zweiten Lodi vielleicht ja, deshalb, ich renne hier unten schon zum Shop boah ey, die waren aber auch so doof, ich hab den ersten Knock geschossen und der zweite klettert auch noch ja, aber Laran siehst du mal, dass die nicht mit Kronos und so spielen, weißt du wie ich meine? wie blöd ist er denn, ey äh, wollen wir noch einen zweiten Lodi holen, oder? ja hier ist Cash auch schnell äh, so ist das Monik jetzt so für uns? sehr gut Alter, du hast mich grad so erschrocken, weil ich dachte, du bist hier oben gegen da wurde äh, Marto, hol dir mal noch ein Self und eine Drohne, bitte Self ist umsonst äh, wie kam die Katze grad rüber gehüpft? und ich so, oh nein die Drohne ist aktiv und erfüllen der Drohne in der Luft stöbern, bitte auf man glaubst du es auf die Füße bräuchte gar nicht rein zu gehen, was soll ich denn machen? äh, hier äh, hier ist, äh, eine Roboter hier ist die hier ist die Roboter, nehm ich hier ne meine und die du Arschloch oh Jungs, hier zwei Teams auf jeden Fall ja doch lass sie wieder hoch gehen am besten, oder? ja, wir müssen mal gleich schwecken, Digga wie ist die Gmarin? tatsächlich, ich geh trotzdem kurz gucken hier die kommen ja mal in 3A-Schüssen oh, aber einer ist close ne, unten ja er ist unten rein er wird safe seinen Staff holen, Digga ab zur neuen Sicherheitszone Gas leert sich äh, ist ein Pfeil mit den nice er ist weg äh na hier, äh Lord Vargo hier sind sie denn da auch uah, Lord Vargo hat ihn geholt ja wie da das feindliche Fahrzeug aushalten die sind auf jeden Fall mit dem Ecker wieder unterwegs, glaube ich, oder? ja, ich hab natürlich C4 liegen lassen ja ich glaube, das ist wie Börter, Alter, da brauchst du äh na ja, brauchst du nicht schon da na ja, nicht hin 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 oh, aber nein aber, nein hab ich meine Drohne dabei? ne, natürlich nicht, Eivor du hast eine Drohne? äh, schmeiß mal ein Dinge äh, schmeiß mal ein Dinge ja, vor Ort am Shop da ist unser Sammelfunk da ist unser Sammelfunk da ist unser Sammelfunk ziehen sich aber zurück ja, die müssen wir doch die müssten auch noch wegsnacken können, Alter oh, hier ist der Bunker, glaub ich, du, die von dem du gesprochen hast ja, guck mal ah, ich hab so, guck nice ich hab leider noch nicht geguckt es gibt irgendwo einen, da kannst du mit so einem Code so eine Tür aufmachen ach, pass mal auf, hier kommen wir bestimmt unten in dem U-Boot, ne doch nicht ganz aber pass auf, hier waren sie alle noch ping ja ja, lass dich kurz chillen, oder? oh, guck mal, hier ist noch eins weiter nice ja, aber pass auf, irgendwo vor uns waren sie noch, ja mach hier noch Großbrit an nice dann wissen wir doch, wo der hockt ja, vor uns, genau vor uns ja, vor uns, genau vor uns das war aber nicht unser Cluster, der fliegt, oder? oh, hier drüben, hier ist Shieldcrack, äh, ja, Shieldcrack, oh, 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 oh komm nach hinten warte oh, und hier zwei Leute wo? ja, ist auf grün, auf grün oh, nice ich zieh mich hier kurz hoch kommt mal einer mit hier hoch oh, close bei mir ja, sieht drauf ah das Kopfgeld-Ziel ist ausgeschaltet, wundervoll du verlierst an Boden Bewegung ab darf ich jetzt alle geholt? Na zwei haben wir hier geholt hier ist noch eine beste Mate ich hab hier oben noch zwei geholt, ich krieg jetzt aber Ärger ja komm runter, komm runter naja ich komm runter zu euch wie sieht's plattentechnisch und moonbox mäßig aus bei euch ich bin mit allem einzig full also platten könnte ich euch noch droppen wenn ihr braucht ich hab auch eine moonikiste dabei gut moon bin ich voll, platten voll, gasmaske hab ich moon könnte ich durchaus gebrauchen sauber warte komm mal rein hier weiß mal halt hier hin was ich hab ich bin noch voll dropp mal die moonkiste bitte ich hab nur noch 89 Schuss und ich hab 2 AR Waffen 2 AR nimm die PPS die ist geil wo ist die PPS ne ich meine musst du eine bauen so ja ich kann ja hier den Spot noch ein bisschen halten ja Jungs noch 11 Teams und nur noch 19 Leute ja ist doch gut also wir können gucken je nachdem was passiert hier an der Seite können wir uns hochziehen da ja lass uns gerne mal hingehen ja weiß ja nicht ob ihr darauf Bock habt High ground ist immer besser High ground ist immer besser ja ne 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 einen weiter ja und das ist auch relativ easy weil wenn du hochkommst hast du erstmal direkt Deckung das bündelte Ausrüstungsliefer auf dieser Weg boah alter wer kommt denn da ein Lolo zu alter Kumpf ja hier haben wir auch noch so ein paar Bunker wo wir hin können hier ist noch ne Gasmaske Jungs Gasmaske verfügbar ich hab eine danke Pass auf jetzt kommt gleich einer hoch jetzt kommt gleich einer hoch bei mir hier na dann hol ihn dir ja ja ich warte ich warte dass er hochkommt weg 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 sind alle gespannt ob Marte das hinkriegt jetzt hier ja wenn er sich jetzt hier hochzieht naja kommt noch länger falls er Gasmaske hat unten ist auf jeden Fall Tür aufgegangen da ist er unten durchgegangen da ist er nicht hier hochgekommen aber unter uns ist definitiv einer dann hier stand grad einer da ganz hinten in der Ecke irgendwie hier oben auf der Barriere drauf ich weiß nicht ja da was für Sniper direkt hinter naja mann äh in der Ecke steht er ich versuch von der Seite zu gucken ich seh keinen ich seh keinen ja der ist schon in der Kanone sauber hab einen hier hinten sind sie hier hinten sind sie oah Jungs alter oah das ist mega wenn wir hier oben einfach nur abschümmeln also auf grün wie gesagt sind sie auf jeden Fall aufs Gas nicht dass jemand von unten kommt ja ja ich guck mal nach hinten ja hier drüben steppen sie rum sie kommen her ja bei grün habe ich sie auch schon gesehen ja da ist er definitiv feindlich da ist er oh Sniper da mit dabei passt auf Jungs verteilen nur White Hits ich guck nach hinten dass von hinten keiner kommt ja Vorsicht dude geh mal ein bisschen in Deckung drück dir neue Platten ja wo sind die denn noch alle alter das sind doch nicht mehr viel fünf Teams neun Leute und unter uns da ist er commander ja nicht so viel machen hallo Shield Crack der hinter diesem komischen Kran ist Shield Crack ja hier sitzt auch noch einer ich guck ich guck Kran ich auch er ist hinten langer Kran ist es einer Kran ist es einmal Annenrätler Shield Crack sauber Das ist man hat gar kein Schicht sauber die Steppen unter uns da 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 wieder Shield Crack die Steppen unter uns Das Gas breitet sich aus. Oh, nö. Oh, Scheiße. Oh. Oh, hinter mir, hinter mir ist direkt einer, ein LKW, okay, sehr gut. Die kommen jetzt alle hier in unsere Richtung gepusht. Oben drinnen, oben drinnen einer. Hab ihn. Ah, da oben. Kommt schon, kommt schon, konzentriert euch. Drei Teams, drei Leute, Jungs. Drei Solos. Ich hab genau noch 24 Schuss. Oben drinnen noch einer. Er muss da gleich raus springen. Einer von oben, einer kommt von oben. Sauber. Eliminiert. Du solltest jetzt ja noch einhalten. Und wo schießt der denn, Alter? Ja, er ist in der Fall. Sauber, Jungs. Der erste Caldera-Win, Alter. Sehr nice. Wuhu. Yeah, Baby. Fuck. Geil. Gut gemacht, Jungs. Wir haben richtig abgerockt. Top Wunder. Schickst dein Buddy. Fuck. Mein erster Battle Royalsieg in zwei Jahren, ey. Boah. Glückwunsch, Digger. Wuhu. Keine Sorge, ist jetzt auf Twitch und landet später auch auf YouTube, Alter. Geil. Sehr nice. Und sein erster Caldera-Win am ersten Tag, sozusagen. Sehr nice, Alter. Wuhu. Und sein erster Battle Royalsieg, Alter. Wie geil ist das denn? GG,eer. Okay! GG,eer. grayn. Look, ihr... Lights geht zu jedem,EEP USVP. Okay! uhbombus! GG,eer. kidding. Good luck! Jungs!